Mein Revier, dein Revier bedeutet, du kommst zu mir ins Revierwehe jagen und ich komme zu dir ins Revierwehe jagen. Wo nun zuerst seid ihr hingestellt? Voraussetzung, du hast Bock darauf? Hallo, mein Name ist Chris und ich bin der Netball Hunter. Heute mal nicht mit einem Video, sondern mit einer kleinen Idee. Ein Projekt, was mir letztendlich schon eine Weile lang im Gehördum her schwirrt. Und wir nennen es mal mein Revier, dein Revier. Ich glaube, es ist ganz leicht erklärt und ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Bedeutet, ihr kommt zu mir ins Revier, wir gehen zusammen jagen und umgekehrt, ich gehe zu euch ins Revier und wir jagen bei euch. Denn machen wir uns nichts vor, mein Revier kennt ihr mittlerweile, auch die Gegebenheiten. Klar, die Situationen ändern sich immer wieder, das ist schön und neu. Aber es ist natürlich auch spannend, finde ich zumindest auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es spannend halt auch, zu euch ins Revier zu kommen und mit euch zusammen zu jagen. Und damit das nicht nur so eine Ich-komm-zu-euch-Situation wird, lade ich euch wie gesagt auch zu mir ein. Ihr wisst, bei mir sind Sauen am Start, wir haben Dammwild, wir haben Rehwild, wir haben Füchse, Waschbären und ein paar Hasen. Also, das ist das, was ich euch geben kann, bieten kann, samt mir als Protagonist. Und jetzt geht es um eure Wir und um eure Einladung. Und wie können wir starten? Ganz einfach, du bewirbst dich bei mir auf Instagram, auf meinem Kanal, schreib es nicht an und wir finden es zueinander. Schön wäre natürlich, du bist ein bisschen kameraaffin und zeigst dich auch vor der Kamera, denn das ist natürlich ein Stück weit das, was wir hier machen. Hast Bock auf so einen, sag ich mal, so einen Revierwechsel und hast vielleicht, weil der Name ist natürlich auch manchmal Programm, Saunerevier, aber es zwangsläufig überhaupt nicht muss. Denn, ich muss das ehrlich sagen, ganz gerne gehe ich natürlich auch auf Dammwild-Weidwerken, Rehwild, Rohwild hatte ich noch gar nicht vor der Linse. Hauptsache, es ist was Neues und macht sozusagen den Kanal, den wir uns hier zusammen teilen, irgendwie attraktiver und spannender für alle. Denn den Einladung-Kamontar habe ich schon gelesen, wo es heißt, ist ja immer nur dasselbe bei dir, Chris. Sehe ich zwar nicht ganz so, aber lasst uns doch die Vielfalt mal irgendwie ausweiten. Puh, das war jetzt viel. Aber noch mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Mein Revier, dein Revier bedeutet, du kommst zu mir ins Revier-Weidjagen und ich komme zu dir ins Revier-Weidjagen. Wo nur zuerst seid ihr hingestellt. Und warum mache ich das Ganze? Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Eben um euch kennenzulernen. Ihr kennt mich, aber ich kenne euch nicht. Und das würde mir natürlich auch viel geben, letztendlich euch kennenzulernen, dich kennenzulernen, gemeinsam zu jagen. Und ich glaube, das ist irgendwie das Größte. Und wenn wir uns das alles zusammen teilen, dann haben wir auf diesem Kanal hier noch eine Menge Spaß. Bewerbt euch. Ich habe Bock drauf. Und wenn du Bock hast, mit mir auch zu jagen, dann freue ich mich auf die Bewerbung. In dem Sinne, viel Spaß. Bleibt mein Teil. Und ich hoffe, wir lesen uns gleich. Chris.